Die Lobby-gesteuerte Europapolitik hat über unseren Kopf hinweg entschieden. Die Blühbirne muss weg. Aber zu welchem Preis? Die Blühbirne ist auch in der Nase. Diese Leute wussten nicht, dass sie mit dem Merkur arbeiten. Okay, ja, das habe ich jetzt verstanden. Da ist eine kleine Menge Merkur in it. Anything we can say, apart from that, nothing. Ja, und was wollen Sie jetzt von Ihrem Kommentar? Sie vergiften uns, Sie verkaufen uns und Sie nehmen uns unsere Stimme. Die Blühbirne war erst der Anfang. Also die Blühbirne ist ein kleiner Teil, aber ein Teil einer weiteren Politik, die uns hoffentlich hilft, das Klima wirklich erfolgreich zu bekämpfen. Der Wahnsinn geht weiter.